hallo jetzt gehören meine lieben Freunde zu einer weiteren Folge von Mario Party bloß mit Töte und zwar mit was man dann die um ja und es kann 6 haben ich gewünscht jetzt kommt an das mein ich spiele weiß ich nicht ich hoffe mal weil ich will unbedingt mal heute ein die die Schuppe aber ganz viele Möller nein nein ich wollte ich hätte dritter werden können schade schade ja, das hab ich verloren weiß ich ja, die haben alle immer okay, das hab ich nicht so nicht so den Glück bekommen um die nächste Spiel könnte ich gewinnen ab und auch er hat sich Oh, ne, hey, girl. Oh. Oh, cool. Nein. Nein. Okay, oh, Herr Kopp, der mir her. Ah, das war's. Ah, das war's. Ja. Come on. Beine. Ja. Ja. Das trifft aber nicht. Guck, ja. Ey, noch mal da von hinten. Ja, ich kann. Das ist ein Spiel, das wie PvP was ich kann. Also bitte einmal Glück, danke. Let's go. So. schon mal her. Gwe kommt bloß drauf Sie ständig Viel Il gen gestoppt und nicht ein bisschen ich kann auch ein bisschen und er wird immerhin wenig heißer Boden das was wird ich weiß nicht ich weiß nicht ob das mein Game ist das sind immer so viele noch hab ich hier ganz viel Raum die meisten Menschen raus ich darf aber hoffentlich ein bisschen K 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 einfach mal aus die Kinder ein Volk ich kann es nicht mit uns was man kann und 2 3 2 1 4 Perfekt, ja, so ein paar Mal ausgeschauen, konzentrieren, konzentrieren. Oh, ich hab's geschafft, Junge. Ich bin noch aus. Ah, egal, erst mal immerhin geil. Knapp. Nun, sieben, egal. Okay, jetzt kommt mir ein Gefecht, okay. Gut, schwierig. Gut. Kommen wir mal hier so. Kommen wir mal hier weiter hin, stimmt. Gut, du ... Okay, kann gehen, ich habe gerade eben ne 6 gewifflet. Dann, dann, wir gucken. und auch schon nicht mehr so schnell sollte er dass niemand er ist schon kurz davor der Platz nehmen es hat Kiel gewonnen die dritter Platz um ich würde aber sagen das was mit dem Video ich bin zu schauen und dann geht es nicht und auf Wiedersehen und das Space Pack könnt ihr euch gerne downloaden das ist mir auch so sehr gutes Pack bis zum nächsten Mal Tschüssi